Jööö, dann gucken wir doch mal. Ein Baladin, ein Drache und ein Spiellunka. Kein Fußpuls, das ist schon mal gut. Und du hast Kakro... Kapro... Das Schreiding. Ähm... Ich denke, ich werde nicht neu würfeln. Denn Hokages sind langsam out. Haladine sind wieder in. Sir Piggledy, der Zweite. 11.000 Gold. In einem interessanten Schwarz-Rot-Gold musste das mir gar nicht wirklich aufgefallen ist bisher. Sehr patriotisch. Irgendwas Neues hatte ich nicht gefunden letztes Mal. Richtig. Damage Return. Oh doch, Guardian Cape. 27 mehr Rüstung. Das ist ordentlich. Das sind 20% fast. Mehr. Mehr. Dafür müssten wir Doppelsprung aufgeben. Das könnten wir aber wieder negieren. Indem wir... Oh, Brustplatte haben wir auch zwei neue. Ähm... Indem wir hier wieder Flügel nehmen. Oder einfach Doppelsprung. Wobei mir Doppelsprung schon fast lieber ist, denn mit dem Fliegenbau ich immer Miste. Also so... Das heißt, wir haben jetzt einen Extrasprung. Mehr nicht. Kein zweimal, kein dreimal, kein Fliegen. Das muss ich mir merken. Gut. Äh... Und Umhang hätten wir jetzt gerne... Äh... Ein Blutpunkt mehr. Müssten wir 30 Gegner umbringen. Kriegen wir noch nicht so gut hin. Kritischer Schaden, kritische Chance. Mana zurück. Mehr Rüstungsklasse. Kritische Chance, kritische Dementsch. Nö. Das klingt hier mit am besten. Guardian Cape. Außerdem passt es unser Schwarz-Rot-Kold-Muster. Ähm... Das heißt... Warum verändert sich der Schild eigentlich nie beim Paladin? Äh... Ja, genau. Details und so. Wir haben jetzt 7000 zum Ausgeben. Das kommt... Angerüstkraft rein. Und in... Wie... Krit Damage, krit Chance. Kostet nicht so viel. Mal kommen. Krit Chance. So. 95 Gold. Ist okay, würde ich sagen. Also Ruhm sind... Soweit in Ordnung. Ja. Dann rein da. 620 HP. Ja, es ist gleich wesentlich entspannter als bei dem... Ninja. Ich muss nur noch hoffen, dass es mit den Schadenspunkten einigermaßen hinhaut. Eins, zwei. Zweimal treffen. Tod ist okay bei denen. Das Wichtigste sind ja eigentlich nur die Augen und diese anderen Schießdinger. Dass wir die One-Hit können. Und... Zauberer-Two-Hitten ist auch nicht schlecht. Aber ja. Alle schön Schritt für Schritt. Die Dinger da meinte ich. Sehr schön. Na jo. Jetzt kann uns nichts mehr stoppen. Ja. Eigentlich kann uns eine ganze Menge stoppen, aber ich habe ein gutes Gefühl. Und das ist schon mal schön. Zing, zing, zing. Zing. Zing, zing, zing. Oh, 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 oh. Ganz ruhig. Ein Tagebuch-Eintrag, der irrelevant ist. Zing, zing. Äh. Ich dachte, eine Feuerwelle, keine tolle Kombo. Ne, ich glaube, ich gucke hier unten erst mal zu Ende. Keinen Schaden nehmen. Déjà-vu irgendjemand? So, wir spammen einfach alles hier zu und warten. So. Solange ich irgendwelche grünen Projektile unten sehe, bewegt mich keinen Zentimeter runter. Scheint alles tot zu sein. Ja, aha. Habt ihr jetzt nicht gedacht, ihr... Ah. Die kleinen Grünlinge, wollte ich sagen. Da unten. Du. Du stehst mir nur noch im Weg. Ha. Haha, nenn das. Ist ja nicht so, dass wir gerade 200 Mana-Punkte verballert haben. Völlig sinnlos. Aber die Rache musste sein. Der Raum hat es mir damals echt angetan. So. Ja. Wow. Du schlägst zweimal? Jo. Kaputt. Ist ja noch gar kein Doom was. Das ist irgendwie komisch. Und irgendwo ist gerade irgendwas gestorben. Und wir haben immer noch volle Lebenspunkte. Wow. Aha. Hab ich kaum gesehen. Also wenn wir jetzt auf normal spielen würden, würde ich ja sagen, wir sollten jetzt schon mal in den Wald gehen. Oder in ein anderes schwierigeres Gebiet. Aber es gibt jetzt keine schwierigen Gebiete mehr. Die sind alle gleich. Jedenfalls gefühlt sind sie alle gleich. Weil die Gegner überall gleich sind. Oh. So. Zing, zing, zing. Drei Schläge für den Ritter ist auch sehr schön. Imperial Chestplate. Ist das besser als das, was wir haben? Ich hab die Reihenfolge immer noch nicht so wirklich drauf. Was nach was kommt. Ich weiß nur, dass Drachenzeug richtig cool ist. Von den Sets her. Und dass es schwarz ist. Was sowieso schon mal ganz toll ist. Drachenschwert. Jawohl, ja. Ich versuch instant zu sterben, um das Schwert zu holen. Also nicht wirklich, aber... Ich hoffe mal, dass es noch ein... Warum mache ich eigentlich die ganzen Statuen kaputt? Nee. Aber ja, das ist die frohe Freude auf das Drachenschwert. Ich hoffe einfach mal, dass es einfach mehr Schaden macht als das jetzige. Mehr will ich gar nicht. Ich will keinen großartigen Schnickschnack. Ich will einfach nur Schaden. So. Kaputt, 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 kaputt. Weg mit dir. Wusch. 6800 Gold. Swish, swish. So. Yeah. Hund. Hund wird mein erster Treffer sein. Oh, und unten ist ein Doomwas. Oh, kaputt, kaputt, kaputt. Ah, so ein kleiner Fitzelchen. Okay, das ist unser nächstes Ziel. Doomwas to hiten. Das wäre toll. Also das Drachenschwert hier hinbekommen. Du, dreh dich mal um. Okay, dann halt auf die schmerzhafte Methode. Eigentlich müssten wir Schaden bekommen. Also wenn es ein New Game Plus Plus gibt und die Gegner dann nochmal stärker werden, hoffentlich auch irgendwelche extra Features bekommen, dann sollten die hier bekommen, dass man, wenn man einfach so gegenhaut, auch noch Schaden bekommt. Oder Mana verliert irgendwas. Weil so ist es momentan zu einfach. Also ja, es dauert einen Ticken länger, aber die paar Sekunden sind mir auch nicht so wichtig. Oh. 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 So, Ping-Pong-Ball da oben. Oh. Ich habe mal Dash effektiv eingesetzt zu einem richtigen Zeitpunkt. Sehr schön. Kaputt, kaputt. Ding, ding, ding. Oh. So. Wir haben Zeit für den Bossraum, oder? Aha. Bossraum. Der Turm war... Weiß ich gar nicht mehr. Pomme de Terre? Ich glaube schon. Ja, ich weiß, dass der nicht so heißt. Das war das erste Französisch, was mir einfiel, als ich seinen Namen gehört habe. Oh. Ja, komm. Und ich kann die Augen gar nicht one-hitten. Was soll... Wow. Wow. Was ist denn hier los? Hallo? Äh. Kaputt, kaputt, kaputt. Weg, 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 weg. Das war so nicht geplant. Das hat gerade alles schön zunächtig gemacht. Das hat gerade alles schön zunächtig gemacht. Einen ganzen schönen Run. Das lief so richtig flüssig. Mir kam ein garstiger Raum. Also irgendwo schießt was. Wir haben das Auge. So, dass wir nicht one-hitten können. So. Der Schütze ist nicht so wichtig. Der Schädelschmack. Gah, 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 gah. Oh. So. Au. So, nicht, mein Junge. Und wo ist der komische Schädel hin? Den hätte ich doch gerade hier in die Ecke getrieben. Du was? Nein. Okay. Schädel ist weg. Au. Da kommt es. Den zweiten habe ich nicht so richtig auf der Kappe gehabt. Kritisch. Sehr schön. Au. Noch mehr? Nö. Und kaputt, 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 kaputt. Inzwischen brauchen die vier Schläge. Au. Und Kistenfehler. Kistenfehler. Au. Das da drüben ist auch keine richtige Kiste. Das wäre sie auf der Mini mehr drauf. So. Falsche Kiste. Komm her. Au. Hey. Warum kannst du mich einfach so anstürmen? Au. Nicht gut. Gar nicht gut. Also ja, wir haben schon fast 15.000. Das ist sehr schön, aber Lebensgrube sehen nicht mehr so gut aus. Dabei wollte ich doch eigentlich mal den Boss versuchen. Na gut. Kurz hochgucken. Da war schon mal ein Hund. Oh. So. Da ist immer noch eine Pflanze. Die mag ich auch nicht. So. Da ist eine Kiste eingezeichnet. Die hätte ich schon mal gerne. Gerne. Au. So. Da ist nicht irgendwo ein Hund. Oh. München. Warum lebst du immer noch? So. Alle weg? Nein. So. Du bist so ein Überding. Das ist nicht schön. Das Ding kriegt Schaden, aber nicht viel. Oh. So. Sehr schön. Noch mal das Ganze. Sauber. 17.600. Ja. Definitiv. Der Paladin ist wieder in. Oh. So. So. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Aber bei den Hunden muss ich mir echt eine bessere Taktik überlegen. Bei den anderen gibt es ja fast immer irgendwas. Also einfach Füße weghauen zum Beispiel. So. Oh. Oh. Hier ist ja gar nichts mehr. Weg, 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 weg. Runter, runter. So. Oben rechts ist noch ein Raum. Äh. Ja. Zing. Zing. Oh. Okay. 18.500. Aber wie gesagt, die Lebenspunkte sind nicht so schön. Wir könnten theoretisch jetzt in den Stücken zurücklaufen. Und versuchen den Untergangs... äh, den Rübergang zum Wald zu finden. Und zur Hölle. Oh. So. Ich glaube, das sollte ich auch. Oh. Du was. Sehr schön. Aber ihr kennt mich ja. Nur noch ganz kurz die Räume da reingucken. Nicht unbedingt leer machen, einfach nur reingucken. So. Das ist eine Kiste. Kisten, wisst ihr, müssen mit. Oh. Nein. Die Gier hat mich erweckt. Aber ja, doch. Fast zwei Reihenfolgen. Und wir haben ganz viel Gold. Und wir haben das Drachenschwert.